Herzlich willkommen im Beauty Corner Bassersdorf. Wir setzen grossen Wert auf wirkungsstarke Behandlungen. Dazu verwenden wir die neuesten Gerätetechnologien in Kombination mit ausserlesenen Wirkstoffen. Wir sind spezialisiert auf Gesichtsbehandlungen und Körperkonzepte. Das Gineo schenkt einen sofortigen frischen Kick. Die Haut wird strahlend schön und intensiv mit Sauerstoff versorgt. Die Behandlung ist wunderbar entspannend und absolut schmerzfrei. Das Divine Pro setzen wir ein zur umfassenden Hautverjüngung. Wir haben die Möglichkeit, das Volumen neu aufzubauen, die Falten effektiv zu glätten und die Kontur zu straffen. Alle unsere Mitarbeiterinnen besitzen den eidgenössischen Fachausweis und sind zudem Berufsbildnerinnen. Die Jugend liegt uns am Herzen und deshalb bilden wir Lernende in der dreijährigen Lehre zur Kosmetikerin aus. Wir arbeiten hauptsächlich mit den hochwertigen Produkten von Ericsson Laboratoire Paris. Diese bieten für jeden Hauttyp die passende Pflege. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne.